Wer will schon einfache, langweilige Waffeln, wenn Sie nach Herzenslust köstlich gefüllte belgische Waffeln genießen können? Die Macher der weltweit erfolgreichen Küchenprodukte Power XL Multicooker und Power XL Air Fryer sind endlich mit der nächsten Küchensensation da. Power XL Waffle Star, die Weltsensation, die aus einfachen Waffeln himmlisch gefüllte Köstlichkeiten zaubert. Warum quälen Sie sich mit langweiligen Waffeln und labbrigen Toasts ab und Waffeleisen, die gar keine gefüllten Waffeln zusammenbringen? Mit dem genialen Power XL Waffle Star backen Sie immer mit der perfekten Temperatur in Rekordzeit 5 cm hohe, prall gefüllte Waffeln für einzigartigen himmlischen Genuss. Zaubern Sie herrliche Apfelzimtwaffeln mit Karamell, eine Kirschwaffel, so schmackhaft, wie Sie sie noch nie gegessen haben. Eine Pizzawaffel, besser als beim Lieblingsitaliener. Ein perfekt gegrilltes Käsesandwich, das den Namen auch verdient. Eine Blaubeer French Toast Waffel zum Niederknien. Oder harzhafte Rindfleischwaffeln, ein absolutes Festmahl. Und das Säubern der Antihaftbeschichtung ist ein Kinderspiel. Warum schunglieren Sie immer noch mühsam mit Kochtöpfen herum? Power XL Waffle Star macht Ihr Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder Dessert mühelos, wie von alleine. Power XL Waffle Star bringt grenzenlosen Waffelspaß für die ganze Familie. Und das in Rekordzeit. 4 W brack Holiday 5 W 5 W Untertitelung des ZDF, 2020